Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest im Feuer zurück gelassen anzunehmen bei erster Mat Chamboya in Poldun an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an und da ich annehme, dass ihr beide Quests von ihm parallel machen werdet, muss ich auch die zweite Quest annehmen, um euch am Ende die originale Abgabeposition zu zeigen. Ansonsten müsste ich wieder herlaufen, um abzugeben. Ich springe hier einfach hinunter. Hier wäre es optimal, wenn ihr irgendwas habt, um über Wasser zu laufen, weil man so vielen Kämpfen gehen kann. Wie ihr seht, hat man auch ein Quest-Item mitbekommen, das auch an der Quest mit angeheftet ist. Sollte es bei euch nicht so sein, schaut ins Inventar. Ihr könnt es von da aus auch in die Leisten ziehen und benutzen. Nun soll ich Plünder-Kanus verbrennen. Einfach Quest-Item anklicken, auf so ein Kano werfen, eins von acht. Und das Ganze geht ziemlich flott, wenn man über Wasser laufen kann. Entweder durch Levitieren oder wie bei mir eisige Pfade oder ein Wasserschreiter. Man muss zwar dann immer aufmauten und abmauten, aber immer noch besser als sich durch die ganzen Mobs zu kämpfen, finde ich. Hab das Ganze nun schon fünfmal gemacht. Ja, wie man sieht, egal ob Wasser, Schweiter oder nicht. Auch mit eisige Pfade darf ich die ganze Zeit auf und abmauten. Aha, das Boot zählt nicht. Vermutlich ist das ein Fluchtkanon. So, und noch einmal. Ich nehme das nächst Gelegene. Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Erster Mat Chamboya in Holdun. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao.